Ahoi Leute und willkommen zu Screenshot gespeichert, nein, zum MMM Projekt, Minecraft Multi Mine, was auch, ich weiß gar nicht wie das heißt. Ich auch nicht. Fatschlau. Minecraft Mega Mine Projekt, also wir haben hier den Wertenherrn Fischi, den ihr wahrscheinlich schon kennt von meinem Kanal. Luciana Everdeen aka Jennifer und Jörg, aber Jörg kann nicht reden. Jörg. Ich hätte übrigens gerne meine Sachen wieder. Wir sind hier gerade auf dem Server gespawnt und dann wurden wir gerade geportet, haben hier unseren Spawnfang gesetzt und es wird gerade Nacht, super, auf jeden Fall. Und wir fangen jetzt erstmal an ein bisschen Minecraft zu spielen und ja. Da sind Spinnen, da sind Spinnen, da sind Spinnen, ich klatsch gerade ein Schaf für Wolle. Wollt ihr mich eigentlich hier einverarschen, die sind Spinnen? Wolle hat eins. Genau, er ist stumm. Ich könnte ihm ein Headset schenken, dann ist er nicht mehr stumm. Okay, der Server hängt gerade extrem bei mir. Bei mir kein Stück. Okay, jetzt ist er wieder da. Ja, auf jeden Fall. Keishi ist eigentlich auch noch hier in unserer, also wir, ist halt sowas wie Minecraft Hero, das wird ja einigen Begriff sein. Oder das YOLO-Projekt, halt nur ohne Mods. Ja, und das hier ist einfach Vanilla Minecraft mit ein bisschen online und so Städte machen und mein Fangtag war null an und wir mussten einen Tag später anfangen, weil diverse Menschen eine Facharbeit schreiben mussten, die viel unwichtiger ist als Minecraft. Und, äh, Feige nicht da ist, weil er nicht da ist, weil er nicht da ist, weil er nicht da ist. Wow, ich hab ne Spinnen am Hals, okay, ich bin tot. Bis Kimmischi kommt, dauert das noch ein paar Tage? Ja, ich hab ne Spinnen am Hals, okay, ich hab ne Spinnen am Hals und so. Warum, warum? Du bleibst da einfach stehen und guckst es an. So, hojo, geil. Wo ist die Griech, bojo, geil. Äh, ich hab ne Batman Skin, weil ich cool bin. Ich habe gar keinen Skin, weil ich der Coolste bin. Wenn man springt und dann während der Spring schlägt, macht man übrigens mehr Schaden. Nur so für die Leute, die keine Ahnung haben. Ihr verhungert einen. Was ist denn los mit euch? Was sind die für Menschen? Alter, ich habe nichts zu essen. Ich baue mir jetzt erstmal Waffen. Moment. Ah, man kann ja nicht auf... Ich muss das wieder lernen. Ich habe ewigkeitenlang kein Minecraft mehr gespielt, also seht es mir nach, wenn ich scheiße bin, was ich bin. Oh, ich baue erstmal einen Button. Hast du deinen... Hast du deinen Spawn nicht gesetzt? Doch, habe ich. Nein, ich meine... Oh, Jörg. Ähm, ist der Typ noch da? Wahrscheinlich. Das ist nämlich schlecht, dass der jetzt sonst wo gespawnt ist. Äh, ja, ähm, und... Ja, wo war ich? Ähm, Kishi. Wird dann später noch kommen, wenn er irgendwann mal Zeit hat. Scheiße, ich muss jetzt mal noch ein bisschen Holz machen. So. Und, ähm, ja, halt so wie das Hero-Projekt oder irgendwas anderes halt. Und, ähm, Bürgermeisterwahlen sollen wir auch machen. Und wir haben jetzt einstimmig entschieden, dass ich der erste Bürgermeister sein werde. Nein, haben wir nicht, aber... Ja, haben wir eigentlich nicht, aber... Aber, ähm, habt irgendjemand ein Problem damit, dass ich als erster Bürgermeister werde? Wir werden auch, falls ich mich schlecht falte, neue Wahlen machen. Kannst du mich mal zu dir antworten? Ja, ähm, wir haben hier übrigens gerade so einen Typen drauf. Der ist Artman oder so ein Scheiß. Ich habe mir jetzt übrigens erstmal volles Equip gemacht. Außer Rüstung halt, weil ich nichts habe. Und ich habe hier übrigens Kohle gefunden. Und glaub Tobi ist gerade online gegangen. Gut zu wissen. Ähm, dann werden wir jetzt erstmal hier unseren Ofen bauen. Oh, Freddy ist nach unten gegangen. Nice. Okay, ähm, ich bewache so lange ein bisschen. Ich habe zwei Schwerter. Mädchen? Brauchst du ein Schwert? Ja. Da. Danke. Ich nehme hier erstmal ein Kohle-Hyper. Ah, ich drücke schon wieder E. Damit ihr wenigstens ein bisschen was sehen könnt. Ist halt ein schlechter Start gerade, dass wir mitten in der Nacht kommen. Und erstmal komplett woanders gespawnt worden sind, als ich einmal schon gestorben bin. Okay. Sollte ich mich mit Kreaturen anlegen? Da kommt ein Creeper. Hauen wir ihm doch einmal aufs Maul. Okay. Ja, und, ähm, der Creeper ist tot. Ich bin auch. Ja, und, ähm, wir nehmen uns das mal einfach mit allen Leuten auf, weil das halt die Pflicht ist. Und danach, äh, muss, äh, Luciana Everdeen, äh, wieder weg, weil sie irgendwie schlafen muss. Und dann eine Facharbeit oder irgend sowas machen muss. Das Wichtige ist. Meine Facharbeit. Ich dachte, die musstest du gestern schon fertig machen. Was studierst du eigentlich? Ich studiere gar nichts. Noch nicht. Noch nicht. Promovierst du? Hm. Nice. Sie machen Doktortitel in Doktortitel-Rologie. Wir hatten gestern schon ein Gespräch darüber, Freddy. Über was? Was für ein Doktortitel sie macht. Ähm, schmeiß mal bitte, äh, Luciana, schmeiß mal bitte deinen Fleisch ab. Ich sollte sie nicht Luciana nennen, aber ich wollte sie immer Jennifer nennen. Danke. Bitte. Was soll ich machen? Ich kann mir Namen nicht merken. Unten im Keller ist ein... Ein Keller. Unten in diesem Gang, da ist ein Ofen links in der Wand. Der Typ antwortet nicht mit Ü. Der Typ schreibt man übrigens mit Y. Ja, aber mit Ü ist es lustiger. Sorry, dass ich lebe. Ja, also, ähm, wir müssen, also die Regeln sind halt, ähm, was weiß ich denn eigentlich. Nein, also, ähm, wir sollen, wir müssen alles aufnehmen, was auf dem Server passiert. So wie ein Hero. Ja, und, ähm, keine Ahnung, wenn es so halt langweilig ist, also jetzt müssen wir aufnehmen, erst mein erstes Part und wenn es dann halt so langweilig ist, wenn ich dann ganz viel abbauen muss, dann werde ich dann halt einfach, äh, fast vorkommen. Oh, ne, ich war nicht schwer, ich hab die ohne Schwert gehauen. Oh, sieh. Ich bin hier mit... Weiß ich nicht. ...mit den besten Menschen zusammen, die es gibt, weil es alles keine Griefer sind. Oh, geil, Blum. Was ist das? Allium. Nice, hier steht lauch rum. Ne, Allium. Allium weiß ich nicht. Und ich weiß doch schon, wie das mit dem Castcraften geht, also... Okay, ich hab ein Problem, ich hab ein Problem, aua. So. Du dummer Zombie-Wichser. Oder ein Bäuche ist mir weiter. Ich hab ein Zombie getötet und hier sind noch mehr. Koordinaten, kann mal einer... Das Spiel ist... ...hängt bei mir schon wieder. Ich hab, äh, Diamant gefunden und Gold und... Ich hab ein Problem. Okay, wow, 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 wo bin ich, wo bin ich, wow, wow, ich bin tot. Ich hätte grad übertrieben mit Lack hier auch. Ja, ich auch. Äh, meine, ach, da sind die Ressour. Hä, was? Ähm, grad war hier Diamant und jetzt... Hä? Ja, der Server läuft übrigens nicht hundertprozentig stabil und der Chunk ist nicht geladen. Also ich hatte grad Lappes 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 für die Redstone und, ähm, wahrscheinlich war es auch eine fehlhafte Anzeige und deshalb hat es grad gelackt bei mir. Jörg, die Koordinaten sind 1141. Äh, 73. Ach ja, um die Frage ist, da ist ja niemand was dagegen, wenn ich der erste Kanzler bin, ne? Der Reichskanzler. Nein, wir haben nicht dafür, wenn du... Und dafür, wer da bist. Ich hatte volles Ekipf, scheiße, wo bin ich denn gestorben? Da irgendwo. Da, wo Jörg ist, glaub ich. Ich dachte erst am Ding, zum... Ich hab keine Ahnung, man, ich bin hier grade gestorben. Nein, wo sie ist. Hast du mal Sachen aufgesammelt? Nein. Shit. Boah, geil, was sind das? Päonien. Shot dann mal, ne? Die Minecraft, die, die haben alle lange keinen Marsch gespielt. Ich hab das auch nur kurz mal, äh, in die... Schattenbohren. Alter, solange nicht gewisse andere Leute spawnen, was ist das? Rosenbusch, geil. Hier ist ein Wildrosenjörg. Möchten wir die runterschneiden? Scheiße, bin ich gestorben. Oh, ein Enderman. Ich guck ihn nicht an. Äh, soll man ein Enderman sich angucken? Ich guck die immer an. Nein, dann porten sie sich zu dir. Machen die nie, die haben Angst vor mir. Weißt du, sagt der Typ, der angeblich Ahnung von Minecraft haben will. Ja, die Gegner haben einfach Angst vor mir. Ich kann nix dafür. Also, ähm... Ich bin grad fast gestorben an dem Creeper, der hinter mir explodiert ist übrigens. Den ich komplett ignoriert habe. Ist eigentlich gerade wieder Tag, oder kommen wir es nur so vor? Naja, ich hab die Render Distance auf, äh, Extreme Low. Also weiß ich das nicht, Mädchen. Nein, die Sonne geht wieder auf. Das sind wohl schnelle Tage, also, ähm... Hinter dir ist ein Zombie. Hinter mir? Ich weiß, hinter mir ist auch ein Creeper, also geweckter. Och, nee. Ich lasse die Dinger in meine Luft springen und hau dann ab. Ich such grad meine Sachen, ich hatte... Ich glaub, ich weiß, wo die sind, wenn ich da hinkommen würde. Ich auch. Aber ich komm da nicht hin. Weil ich nicht weiß, wo es war. Ich hab mich schon eine Eisenspitzhacke. Ich glaub, ich sehe deine gesamten Sachen hier liegen. Ich will auch. Oh, und ich hab sie. Ich will auch, ich will auch, ich will auch, ich bin gleich da. Okay, der Server lag wirklich ein bisschen. Der Server ist ein bisschen... Ich hoffe einfach, dass ich nicht sterbe. Ja, ich bin gleich bei dir. Ich bin fast neben dir. Da, da, da. Ich bin grad zurückgegangen zu Freddy. Ich verfolge sie jetzt, ich verfolge sie jetzt, ich verfolge sie. Hey. Jetzt gibt's hier auch's Mall. Dö, 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 dö. Was? Hey. Ich hätte gerne meine Sachen wieder, bitte. Was hattest du denn? Das denn? Ein Schwert, eine komplette Ausrüstung. Ich würde sie noch eine Hacke bauen, oder so eine Hau. Ich schenke dir mal ein paar Federn. Die hatte ich auch. Dann brauche ich mir gleich nochmal eine Hau. Essen? Ach, scheiße, ich habe ja keinen Hau. Essen kannst du behalten, will ich nicht. Na gut. Hauptsache, sie klaut sich erstmal das Essen aus dem Ofen. Ich habe neues Essen reingepackt. Da ist nur Eisen. Alter, Freddy, was hast du hier gemacht? Ich habe ein bisschen Eisen ausgegraben, das war eine riesige... Brauche ich immer noch eine Axt oder sowas? Nein, ich brauche alles. Ich habe alles in Halt. Steine reingepackt. Ich gehe gerade ein bisschen fahren. Ich mache einfach drei Steine reingepackt. Ja, du läufst du jetzt eigentlich gerade zurück? Wir werden jetzt übrigens gleich weitergehen, was wieder Tag ist. Ja, wir suchen was bestimmt ist. Wir kennen die Map nur von einem Screenshot. Ja, wir werden uns erstmal... Bitte auf mich zu schlagen! Wow, wieso schlagt ihr euch? Ich habe gar nichts getrunken. Also, wir warten jetzt noch kurz, bis die, ähm... Also, bis das Eisen hier geschmolzen ist und dann... Bis Jörg da ist. ...bauen und mein Inventar ein bisschen sortieren. Ja, äh... Ist hier kein anderer Admin? Baywatch ist da. Äh... Ja, okay. Welches Level seid ihr? Ähm, nichts. Wer hat sich eigentlich mein Fleisch geklaut, was ich da in den Ofen gepackt habe? Ich weiß nicht. Was du das etwa? Ja, quasi. Ähm, ich habe übrigens, ich spiele mit so einem Effekt von Minecraft. Keine Ahnung, wie die Dinge heißen, weil ich den schön fand und einfach versehentlich draufgeklickt habe und dann dachte ich mir... Du kriegst es eh nicht umgestellt. Wow, fuck, Spinne, Spinne, Spinne. Moment, ich habe... Will jemand ein Steinschwert haben? Ich habe ein Eisenschwert. Ja, bitte, 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 bitte. Shotgun, man. Habt ihr alle Holzwaffen noch? Ja. Alter, wo sollen wir denn Eisensachen hier haben? Ich will immer I drücken. Ja, aber zumindest Steinsachen. Warum sind die auf drei Werkbanken? Was seid ihr für Menschen? Also, zwei davon sind meine, mindestens. Okay, weiter geht's. Hallo, Freunde, wir folgen jetzt mir. Ja, okay. Ähm, Jörg, ich schreib dir dann nochmal die Korde. Koordinaten. Gehst du bitte weiter? Wenn er uns direkt in der Mitte gespawnt hat, dann, äh... Keine Ahnung, wir gehen einfach die Richtung. Zum Glück, das war kein Stück. Ja. Wir suchen übrigens was. Wie eben schon gesagt. Ja, das werden wir so nicht finden. Wahrscheinlich nicht, nein. Das war auf jeden Fall ein Übergang zum nächsten Biom. Ja, ich weiß. Zum Dschungelbiom, ne? Jo. Also, wir gehen jetzt in Richtung von Jörg. Jörg, könntest du mir mal kurz deine Koordinaten sagen? Oder schreiben, besser gesagt? Jörg ist mit uns noch in, ähm, Skype, aber er kann halt nicht reden, weil der Stumme. Und das ist raus. Und bei mir wird immer nur ein, ein Biom gerendert, nicht weil man ein PC zu schlecht ist, sondern weil ich sexy finde. Ein Schunk. Ja, genau, ein Schunk gerendert, weil ich sexy finde. Oh, da sind Blumen. Nein, weil ein PC zu schlecht ist. Nein, ich finde das schön, dass, äh, so ein Nebel überlässt. Fuck off the war. Oh, ich hab Kühl gefunden. Die töten sie, oder? Alter, bist du weit weg. Moment. Ich hab Leder. Glaube ich. Ich guck mal kurz nach, wo er ist. F3. Ähm. Plötzlich, suddenly rain. Ja, ja. Suddenly rain. So, warte mal. X. Ich selber muss hier, wahrscheinlich muss der Server ziemlich viel arbeiten, auch gerade noch. Alter, mein Inventar ist komplett voll. Äh, wer, wer von euch sammelt hier Pflanzen und so'n Scheiß? 21, ich, warte mal, 821, 74, 821, 74, wir gehen in die komplett falsche Richtung, wir müssen nach da. Was? Wir müssen nach da, und dann kannst du mal kurz stehen bleiben, dann gebe ich den ganzen Dreck hier. Äh, Y-Zeln bringt mir übrigens nichts, Y-Zeln ist die Höhe. Ich brauch' Z-Zeln noch. Z-Zeln eigentlich. Bei mir ist Y-Zeln gerade die Höhe. Ja, bist du's weggelaufen? Ah, ne, da ist er, nehmt das, das auch. Bei mir ist Y-Zeln die Höhe und Z-Zeln die... Ja, weiter. Ja, keine Ahnung. Er ist jedenfalls in die Richtung. 824, wenn ich das noch richtig im Kopf hab. Und das ist hier. Ich will ein bisschen sprinten. Wir haben ja noch ein bisschen Fleisch, und ich hab die auch schon aufgegessen. Ich hab' gar nichts dabei. Ich hab' auch noch nichts gefarmt. Doch, ich hab' Kuhfleisch zwei dabei. Kuhfleisch. Ich hab' drei, äh, nein, fünf, äh, Kuhfleisch und einmal checken. Hm, wenn ihr's übrigens in flüssiger Form gucken wollt, müsst ihr bei Freddy sehen. Weil, mein PC ist, wie gesagt, viel zu gut für dieses Spiel. Ja, aber bei mir lädt die Map auch nicht richtig. Ja, aber es laggt wegen dem Regen und so. Bei mir. Ja, es, es liegt aber nicht an meinem PC, also an meinem PC, wenn ich mit einem Grand habe, läuft das auch flüssig. Aber, es liegt jetzt wirklich am Server, also. Z-140. Da hat er, dann müssen wir... Minus 140. Das heißt, jetzt doch die Höhe. Das müssen wir... Nein. Warte. Die Zeitkolle hat, sag ich, immer die Höhe. Boah, lag das gerade. Ich hab' grad' total einen Bruch. Hä, wo, wo ist Fischi schon wieder? Äh, ich such' grad' den Weg, übrigens. Wir müssen viel weiter nach rechts, in die Richtung, von der wir jetzt gehen. Und viel weiter halt geradeaus, sozusagen. Ich geh' grad' nach rechts. Wir müssen auf... Warte. Jetzt hab' ich... Oh, jetzt hab' ich ein Screenshot versehentlich gemacht. Was hat er jetzt geschrieben? X1052. Dann sind wir gar nicht so falsch. Da müssen wir noch ein bisschen... Wo bist du denn? Z-150. Sag doch, wenn du einfach stehen bleibst. Ich dachte, wir rennen jetzt erstmal in eine Richtung. Ja, ich hab' grad geguckt, wo die Dingens... Wo der ungefähr ist. Ich wünsch' euch dann noch frohe Aufnahmezeit. Fick dich? Du hast dreimal geschrieben, er möge uns porten. Ich bin bei euch. Ihr Helden. Abend. Fick dich. Ähm. Wir sind jetzt... Moment. X1052. Minus 1052. 441. Also Minus, Minus. Hat jemand ein Bett? Nein. Aber ich hab' noch Wolle gehabt, um's zu machen. Wahrscheinlich hatte... Hat irgendwer Wolle von euch? Ich hab's nicht mehr. Ja. Ja. Wo ist der denn? Im Dschungel wieder. Okay, wie viel Wolle hast du? Vier. Vier. Okay, dann können wir uns ein Bett gleich machen und dann... Das nehmen wir mal irgendwo anhalten, dann machen wir uns da einfach den Spawnpark hin. Und hier. Hast du ein Time eigentlich gestellt gehabt? Nein, wieso? Wir nehmen erst mal ein bisschen auf. Ah, Jörg ist wieder da. Hallo, Jörg. Bitte stirbt nicht wieder. Oder bau einfach mal das Bett für ihn. Bau einfach mal das Bett für ihn. Schnell, bitte. Wir schützen ihn jetzt mit Leib und Seele. Ich hasse Regen übrigens. Ich auch. Ja. Man kann ihn irgendwie in den Grafiks ausstellen, aber ich hab's nicht gemacht. Jörg, schlafenszeit. Hast du nachts schlafen? Oh, scheiße, ist es noch nicht nacht. Aber setzt es den Spawnfeind oder nicht? Nein. Ja, ich glaub jetzt hast du wieder OP-Rechte. Ja, vor allen Dingen, jetzt wollt er hier und wieder da, wo wir angefangen haben. Na, können wir jetzt weitergehen, bitte? Wett nehmen wir mit. Alter, was ist denn los mit diesem Scheiß-Server? Liegt das daran, dass so viele Chunks erst mal geladen werden müssen oder ist, oder? Ich muss mal fragen, was der Hoster für ne Verbindung hat. Naja, es sind noch drei Leute außer uns on, ne? Die können ja in komplett verschiedenen Biomen sein. Da müssen ja echt sau viele Biomen eventuell geladen werden. Chunks, Entschuldigung. Slashkill. Erstmal Slashkill machen, genau. Ich sammle nebenbei noch ein bisschen Holz, weil... Mach das, ich versuch nebenbei so ein bisschen zu farmen. Weil hier sind überall eine Schafe. Jörg war slain by Zombie. Okay. Oder von Zombie erschlagen steht auf Deutsch, ja. Ja, ich hab aber nicht auf Deutsch. Jo, hat geklappt. Super nice. Gelabt. Gelabt. Jackpot, Jackpot. Ich hoffe, man kann den Mohn anbauen. Ne, Mohn kann man nur von Farben benutzen, glaube ich. Okay, das ist doof. Oh, er hängt, er hängt, er hängt. Moment. Wir sind weiter einfach gerade ausgelaufen. Wollen wir kurz auf ihn warten? Ja, ich laufe ihm gerade entgegen. Weißt du, immer wenn ihr schreibt, dann macht der Nächste. Und wenn ich da einmal kurz was schreibe, dann sponsieren sie sofort zu uns. So. Ähm, Jörg. Minus 887. Minus 427. Ach ja. Wir sind auf jeden Fall ein gutes Team schon mal. Hm. Und ja, ich esse, weil ich gerade erst von der Falschung habe und Hunger habe. Ich habe keine Ahnung, ob man das hört, aber man müsste es eigentlich saulaut hören. Findest du uns, Jörg? Okay. Warte. Vielleicht sollten wir die erste Folge hier beenden. Wollen wir die erste Folge jetzt beenden? Demokratische Abstimmung? Ja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, ja, ja, mir egal, mir egal. Also, wir sind nicht einstimmig. Nein, also, ähm, wir müssten aber noch warten, bis Jörg dann hier ist oder, keine Ahnung. Wir können auch beenden und die ihn kurz herlaufen lassen. Ja, aber wir müssen doch alles aufnehmen. Er nimmt doch eh nicht auf. Das heißt, wir sehen ihn einfach irgendwann noch. Dann müssen wir alles aufnehmen dann. Wir machen das so. Wir stellen uns jetzt alle in die Richtung zu den Birken. Und wenn Jörg dann da ist, nehmen wir wieder auf und schauen uns ganz erstaunt um und sagen, Oh mein Gott, er ist wieder da. Oder wir beenden einfach die Folge und lassen ihn einfach herlaufen. Ja, das meine ich ja. Ja, und wir nehmen ihn auch nicht noch. Okay, jetzt bist du am Arsch. Sorry, nein, lass mich. Komm, nein, lass mich. Ich bin fast tot. Auf dem Weg. Das ist ein Eisenschwert übrigens. Ich weiß. Warte, Z war, ähm, 431. So ist es übrigens noch. Das heißt, wir können auch hier unseren Spawnfall. Wer hat das Bett aufgenommen? Wahrscheinlich Jörg. Fuck. Jörg. Habt ihr da für euch das Bett mit? Nein. Ich kann noch eins machen. Ja, dann machen wir bitte schnell. Das ist ein Stimme. Sorry, dass wir leben. Das ist ja nicht so einfach mit euch. Ja, was denn jetzt? Gute Nacht, Leute. Wer von euch war das? Ja, okay, dann... Würdest du bitte das Bett nochmal aufbauen? Ich muss mich auch noch kurz... Naja. Ach Gott, ab Spawnfallfall. Wow, 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 wow. Was? Jetzt setzt du da in Spawnfallfall noch und dann töd ich dich. So, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn man das Bett kaputt macht, wird der Spawn übrigens resettet, ihr Genie ist es. Einer von euch setzt jetzt die schaffigte Bett dahin und dann legen wir uns alle kurz rein, okay? Ja. Von Schneelandschaft? Äh, nee, wir sind gerade in einem... Weiß ich nicht. Schneelandschaft? Wir finden dich gleich, wenn wir die Folge beendet haben, dann kommst du auf einmal an den Spawnfallfall. Schneelandschaft ist die gar nicht in der Nähe. Okay, alle geschlafen, dann beenden wir jetzt die Folge. Ich hoffe, das Projekt wird euch gefallen und wir werden in den nächsten, ähm, Parts vielleicht produktiver sein. Also, bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Ein und tschau. Tschüss.